wie viel arbeitest du eigentlich mit tiktok zusammen so reich dir das okay natürlich auch die begeben versucht mit tiktok weiter zu arbeiten lad doch die schaut die du eh schon auf youtube hoch lädst auch auf tiktok hoch weil warum nicht schadet ja nicht du wenn du eh schon auf youtube hoch lädst und alle so recht schneidest dann kannst du ja auch gleich auf tiktok hochladen oder instagram oder facebook reels und so weiter und sofort und was es da nicht alles gibt ich habe tiktok du hast doch gar habe ich ja schon mal gesehen ich bin nicht neugierig tiktok ich hab wirklich tiktok geschrieben mein gott mal rein ich bin dabei so viel cringe auf tiktok ne ach gott digga so noch set 109 follower da isa ja ok nevermind ok das mache ich halt weniger das ist eine sache das muss ich unbedingt mehr machen das dachte ich mir tatsächlich schon das habe ich schon tatsächlich gedacht ja 1270 nice probieren wir die fünfer dann sind so das ist nicht mal hergestellt kann das bitte mal jemand herstellen leute ihr habt doch keine zeit wie lange das dauert doch findest mich naja du heißt halt überall gleich ergibt ja auch irgendwie sind so du bist da rein das brache einfach mal gleich mal sofort rein den ring würde ich gerne weiter mitnehmen weil für das paul von ist ja mega jetzt nun würde ich mitnehmen 35 kugeln nur noch nicht so cool das machen wir gleich mal oben rein alleine an meinen namen ja das hat eine stunde bis das durch ist hilfe nie feiere ich jetzt nicht so gut ich kann nachvollziehen warum du depressiv bist du da oben hängst du also gar weiß ich nicht das ist das hier ja naja ok dann ist das so was wollte ich jetzt machen was wollte ich tun was wollte ich machen ich hab's ich hab's vergessen ja wie viel voll hier drin liegt der ton der ton aus der lecker der ton ist ja mega so 156 wolle hast du fertig wo alle hergestellt kommst du mal wieder her machst du mal weiter wer hat dir gesagt dass du aufhören darfst okay komm bitte lassen wir alles gleich herstellen bitte alles bitte alles bitte alles bitte alles noch nie die gar kein bock jetzt ohne schlafen müssen mich angreifen gute nacht so ja wo sind die denn ich habe hunger das weiß ich ja da hinten ist das ist mir egal ich gehe ich gehe doch weiter ich habe keine zeit verlieren ich gehe einfach leute ich wünsche ich doch allen wunderschönen tag ne so ab da hinten hin ist mir egal ob die mich angreifen ich sollte wieder aber auch mal wieder unbedingt wesentlich mehr mit tik tok schmickstock weitermachen weil ich bin viel zu faul immer irgendwas hochzuladen das war ja nur vier shorts ja jetzt würde ich die zeit einfach haben wesentlich mehr schneiden zu können wie gesagt pacific driver sich ja noch hochladen oder noch hochgeladen wird will ich eigentlich auch schneiden aber ich habe leider die zeit nicht dazu das ist sehr schade und so das definitiv mehr machen ich weiß gar nicht wie wir hatten damals sitzt wo die hatte ich damals die zeit gehabt also damals ich dann auf dem kanal hier noch oder auf den meinen jetzigen kanal noch sachen geschnitten habe häufig die zeit her gehabt da habe ich jetzt gar nicht mehr und wenn ich jetzt noch demnächst irgendwann meine ärmerliche arbeit anfange meine zweite habe ich ja gar keine zeit mehr ich glaube ich dass aber alles so wie es ist da kann man nichts falsch machen sowohl finde ich denn jetzt hier im dungeon am fuße des berges ich hier so sollte einer sein da muss ich meinen da könnte einer sein wenn er nicht schon die sport ist und woanders ist hier und die jetzt nicht ich habe gar keine zeit ich will eigentlich level steigen was wollt ihr von mir geht mal woanders hin nehmen sie dir ja du bist lustig wenn ich immer noch lernen sollen für schule und da gut dabei zu sein und wo der immer noch in der arbeit bin und da noch was mache schwierig sehr schwierig super super schwierig ich würde sie mir gerne nehmen aber ich habe sie leider nicht weniger stream to be honest und mehr schneiden das ginge natürlich auch aber ich streame so gerne aber es bringt mir halt nix watch time zu grinden und gar nichts zu bekommen wenn das sieht super kerstaus da hinten nimm auch ein paar sonderbonbons was meinst mit sonderbonbons verstehe ich gerade nicht tue ich gerade nicht sorry weil ich die arbeit mit den kindern einfach weiter unterstützen will und weil mir ist aber wesentlich mehr spaß macht als zu zocken der deswegen wobei ehrenamtlich einfach für jedermanns gute ist und für mich ist es halt auch noch mal ein extremer pluspunkt weil ich ja irgendwann mal ganz gerne kinder adoptieren würde wollen oder in die pflege nehmen würde wollen und kommt halt für den jugend auch noch mal ganz gut dass ich halt super viel erfahrung mit bereich des kindes habe deswegen unter anderem auch generell ehrenamtliche arbeit ist eigentlich auch mega geil ich empfehle das überhaupt auch jen der gerade eh nichts zu tun hat und momentan zu hause auf harzen ist also warum würde ich aber ehrenamtlich arbeiten gehen ich erkenne dich nie wieder wie wie meinst du nie wieder da klar ich mache schon die letzte zeit nichts anderes dieser kennst du mich nicht wieder verstehe ich nicht ich mache die ganze zeit schon nichts anderes ich bin auch so die ganze zeit schon im bereich des kindes tätig und ich rede auch seit jahren nichts anderes also du mal weg und nervst mich jetzt bitte ich habe keine zeit für dich nein spaß ja macht doch wenn es hier bereichert ist doch so war ja der klar und wie man sich auch nur so ein hobby was ich nebenbei mache worauf ich einfach nur eine war wenn ich eh zocke kann ich auch stream so jetzt mache ich auch keine mühe irgendwo was hochzuladen ja wo habe ich den nächsten dann sind ja wir können jetzt mal ein bisschen hier wie wir schon mal hier sind überweilen war hin hat kein flügel schlag das ist ja doof dass sie können mit theoretisch auch machen 39 aber hier schon ein bisschen schwerer der ihn nicht jetzt für 31 das ist jetzt harmlos schaffst du sie denn bitte auch tötest du jetzt mal bitte gut ich kann sich da ist ja komplett weg was stand aus und eine andere drache erzählen der 39 würde ich ganz gerne noch mal mitnehmen du bist dran oder auch nicht oder war so ist denn jetzt der dungeon er soll sogar hier in der kuppe drin sein aber er scheint einfach nicht da zu sein was ist kann auch sein dass er da oben ist natürlich klar die siebener dinge würde ich es ungern machen aber die firma sind gerade für mich am besten dass er noch das ist ja noch eins wie cool mega gibt mir das danke mega 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 weil ich das wäre aber ich habe keine lust ist nämlich jetzt in die luft springen da ist noch ein bist du nehme ich mir gerne mit wenn die hier tot sind ich bin ja wies du mal weg jetzt bittet nein ihr macht das schon ich will mir nur die kiste dann gehe ich wieder du jetzt wünsche ich euch noch einen wunderschönen tag weil ich noch da hinten einsammeln wo sind jetzt eigentlich die ganzen dungeons hier ist ja schon wieder anders frech dass ich wieder keinen dann schon sehe komm mal her wir haben keine zeit zu kämpfen ich will dann schon finde ich eigentlich ein dungeon machen nur deswegen bin ich ja hier aber wenn ich keinen sehe dann ist das ja schon wieder doof aber naja ist jetzt dieser dungeon hier soll einer sein aber hier ist keiner der kann laut der karte eigentlich nur unter mir sein und dann müsste dann eben noch einer sein und hier sollte auch einer sein theoretisch das ist doch schon wieder schade ich wollte gerade ranzoomen das geht ja gar nicht hier genau hier ist die kuppel da drin sollte er sein eigentlich genau hier drin habe ich ihn jetzt übersehen oder der ist aber noch nicht da und dann sollte da hinten wo ich gerade hochgegangen bin noch einer sein das ist doch schon wieder schade das ist doch schon wieder schade wir haben wieder da unten oder hier oben eins vom bein aber woanders nicht aber hier ist keiner die kiste kann ich mal mitnehmen ach ihr seid das film gerade schon gewundert ja das ist sehr doof ihr greift mich friedlich ihr greift mich jetzt hier nicht an ihr macht jetzt hier gar nichts ihr seid einfach nur friedlich was to the hornies ja to the fucking hornies ist das und ganze nah頑築 man muss aber nichts weiter also den robot gen gleichzeitig kann ich den überhaupt machen können. Davor kann ich den gar nicht machen und die Tafel habe ich leider noch nicht. Und ich denke auch nicht, dass ich den Rape-Boss an sich schaffen werde. Ich meine, ich hatte ja schon ein Problem beim 130er Boss. Also, ja, schwieriges Thema, du. Ganz, ganz schwierig. So. Aber ich merke halt, dass ich immer müder werde. Ich werde immer müder und müder. Ich schlafe einfach viel zu wenig momentan wieder. Sechs Stunden momentan nur noch. Ja, ist ja doof. Er ist ja richtig doof. Dürst den Düne. Was? Warte mal. Warte mal. Jetzt habe ich aber andere? Doch. Andere Aufgaben. Wieso? Weshalb? Hä? Hä? Sag mal. Wieso finde ich denn keine einzigen Dungeons? Das ist doch schon wieder super doof. So. Laut der Karte habe ich noch nicht frei. Ich muss da jetzt hinfliegen. Aber ich sehe da auch jetzt schon gar keine Dings. Was ist Kohle? Leute, komm, ein Dungeon. Es kann doch nicht sein, dass hier nirgends wo einer ist. Nirgends. Nirgends. Mach mal, mach mal ein bisschen müde. Was soll ich denn reden? Ich weiß es ja nicht mal. Ich bin viel zu müde, um überhaupt zu reden. Ich bin gigamüde. Nach sechs Stunden schlafen und drei Blöcke heute äh. Nein, das ist, kannst du kaufen, musst aber nicht kaufen. Das ist halt auch ein, äh, das ist auch ein Free-Programm. Musst du nicht bedingt kaufen. Du kannst, du musst aber nicht. Dann hast du, wenn du es halt kaufst, dann hast du halt noch bestimmte weitere, ähm, Sachen, die du nutzen kannst, aber ich glaube, so teuer ist das gar nicht vier Euro, glaube ich, vier Monat. Ich glaube, vier Euro im Monat. Sicher bin ich mir gerade nicht, könnte auch lügen. Kannst du mal nachgucken, wie teuer das ist. Ja. Aber wie gesagt, das ist eigentlich ein Free. Was heißt eigentlich, es ist Free. Genau. Ich habe ein Dungeon gefunden. Ich bin ja begeistert. So, rein da. Ja, das nehme ich mir noch mit und dann passt das. Vor allem, ich muss das Video nach, gleich noch, äh, direkt nach dem Stream runterladen und, äh, rendern. Wir werden nur voll rendern für morgen. Aber ich kann ja doch mal früh machen. Boah, ich weiß es noch gar nicht. Weiß mal früh. Was nicht. Ich würde gar keine Szene ausschlafen. Mache ich jetzt am Wochenende mein anderes Gedöns. Ah, guck mal, wer hier ist. Den kennen wir doch schon. Okay, die sind ja auch schon Level 32. Das heißt, es ist schon ein bisschen höher als sonst. Hm, ja, passt. Ähm, 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 ähm. Ja, was soll ich denn Real Talk machen? Ich bin eigentlich... Wenn ich müde bin, bin ich unfähig, irgendwas zu machen. Tatsächlich rede ich eigentlich gar nicht mehr. Also, ich überhaupt noch Rede ist ein Wunder. So, erst mal wie zum Bosch und den Bosch. Siehst du? Bosch. Da haben wir es schon wieder. Ach ja. Hm, ja, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Keine Ahnung, du. Andere Frage. Wenn wir Entschrode spielen sollten, wie willst du das dann machen? Willst du denn immer nur Sachen für dich rausschneiden und dann hochladen? Oder wie ist das? Wenn wir es irgendwann mal spielen sollten, zu zweit zusammen. Geh mal da hinten hin. Das sieht denn richtig aus. So, du kommst jetzt da. Du musst jetzt... Du machst jetzt Kämpfe, ne? Da hin. Komm, wir sind schon 35. Öh. Öh, ist einfach despawned. Komm, du bist mein Tank. Ich muss eigentlich mal gucken, ob ich da ein paar Dings willkommen habe, damit ich, ähm... Achso, ich brauche wahrscheinlich hier Wasser, ne? Komm, du bist auch schon 29. Let's go. Chillit, mach was. Sei, wirf. Ach, chillit, ich mag dich nicht. Mann. Gibt aber so wenig Wasser, die man nutzen kann. Warum bist du nicht so schnell tot? Warum haust du ab? Du sollst dich fliehen? Da hinten. Ich bin gerade ein bisschen interessant. Ich will mal was nachgucken. Warte mal. Hallo. Achso. Ne, hier geht's zurück. Verdammt. Verdammt. Oder? Nein. Ich mag Schlitt nicht. Der ist unfähig, irgendwas zu machen. Was wir rennen, aber durch. Issig. Aua, hör doch mal auf. Aber manchmal haben die, äh, die Pots echt, äh, stupid. Vor allem manchmal, die sind immer stupid. Die machen, was sie wollen, die machen nicht das, was sie sollen. Oh. Aber die nochmal, doch, ich hab noch ein Spiel, was ich gerne spielen würde, was ich damals angefangen habe, aber leider nie beendet habe. Das nennt, ich weiß nicht, ob du das kennst, das nennt sich Chernobyl Light. Auch eigentlich ein mega geiles Spiel. Ein super interessantes Spiel. Ich glaube, das ist hier so ein Bait. Ich muss da lang. Lass mich aber ganz gerne nochmal spielen. Auch mit dem gleichen Thematik, dies, das, so und so machen. Also, so wie ich es damals gemacht habe. Ja, doch, doch, doch. Ist das Buschi? Baschi? Buschi? Buschi? Das andere darf ich nicht sagen. Sonst gibt es wieder Probleme mit Minecraft. Na, Minecraft will ich nicht. Minecraft ist langweilig. Minecraft habe ich keine Lust. Ich habe Hunger. Ich muss gleich mal was essen. So, wie viel Damage machen wir denn? Können wir den einfach so machen? Ist das easy? Ja, easy. Sag da. Oh, mach grad mal 50 Damage. Okay, wann was? Bist du denn? Feuern, ne? Aber Schillit ist gigabyte doof. Ich mag Schillit nicht. Und die bessere Wasserfalls gibt es leider nicht. Wir können ihn mal reinsetzen. Vielleicht macht er ein bisschen mehr. Ich meine, ich könnte auch selber drauf schießen, aber ich habe halt leider kaum noch Kugeln. Minecraft, ja, da würde ich aber nur Adventure spielen. Da würde ich aber... Au, jo. Da würde ich auch nur Adventure-Maps spielen. Kein... Bauen und gönnen. Das finde ich nicht. Ne, das habe ich ja auch mal gemacht. Ganz am Anfang mit YouTube. Da habe ich immer nebenbei noch Orange is in the New Black. Mega geile Serie, by the way. Da hat sich irgendwann geendet. Da habe ich mal nebenbei Orange is in the New Black. Hier guckt und nebenbei gebaut. Oh, das Projekt. Allein habe ich die Map nicht mehr. Die hätte ich so gern weitergebaut. Das war so eine geile Idee. Und sah auch schon so geil aus. Hab da so viele Stunden reingesteckt. Ihr macht halt alle kein Damage, ne? Und vor allem macht es so oder so kein Damage. Aber wie gesagt, Schlintes macht auch leider nichts. Äh, ich finde es wieder lustig. Was findest du wieder lustig? Ich mach grad nix. Vor allem mit dem Haufen Addons. Achso, du meinst jetzt TubeBuddy. Ja, ja. Es hat eine Menge Addons, aber die musst du halt... Also viele Addons musst du halt einfach bezahlen. Aber so an sich ist das Programm... Ich bin einfach im Prinzip, wenn du weißt, wie du es nutzen willst, ist eigentlich mega simpel. Dann brauchst du die ganzen Addons nicht. Wenn du damit ein bisschen beschäftigst, dann brauchst du die Addons nicht. Irgendwann hast du so auch diesen Fahnen drin, wie du das geht. Dann... Ja. Du kannst halt auch direkt nachgucken, welcher Tag ganz gut ist, welcher Tag gesucht wird am meisten. Das geht natürlich auch. Aber naja. Hast du mal nachgeguckt, wie teuer das ist? Wollte eigentlich auch nachgucken, aber kam es noch nicht dazu. Minecraft, Mensch. Was willst du mit Minecraft? Lass mich mit Minecraft in Ruhe. Dankeschön. Lass mich doch mit Minecraft in Ruhe. Ach, du meinst Minecraft? Ja. Du bist so verwurrt. Ne, ey. Wir haben jetzt von TubeBuddy geredet. Und jetzt geht es um Minecraft. So, was nun? Hä? Ja, sehr wird verwirked. Wenn du über TubeBuddy reden und dann über Minecraft, was willst du eigentlich so? Hä? Nein. Okay, ja, Minecraft. Minecraft hat super viele Addons. Aber wir können jetzt auch ein Spiel, was es schon seit über 14 Jahren tatsächlich gibt. Oder 13, whatever. also wird jetzt mein kopf okay dann kaufen wir uns morgen server und spielen minecraft okay verstehe ich alles klar noch sie ich bin auch müde ich bin kaputt ich habe langsam kopfschmerzen du bist du allein hier drücke sich noch irgendein anderer hier die mir noch weiter kopfschmerzen geben könnte bereiten könnte mein gott ich bin ich schon wieder du musst mehr clips machen habe ich auch mal was für tik tok bleibt man da ein nicht der william das ist mein name das hast du gut erkannt hier sogar eine beschreibung drin also von daher so können wir den busi ist ein roboter wie immer noch nicht sagen bitte töten ach ja und er hat noch 1000 leben ich werde nicht drauf schießen weil ding sollte mich kann eine szene fangen das würde ich ganz gerne jetzt mal den ringern wir haben jetzt eine möglichkeit mehr zur chance von einem prozent hier von zehn kipps hat neister steht der mega aber ich habe die brille gar nicht auf wir wollten 102 und begegnen und 97 registriert wenn man noch drei bekommen denn haben wir theoretisch nächster schief mensch ja cool sind die neuen jetzt schon drin und erzählt immer noch voll von 122 den haben wir ja schon gesehen was muss man tatsächlich eigentlich schon haben eine suchleiste wäre ganz schön dass ich hier nicht hier runter wo ist er denn da ist er ja den haben wir schon okay dann können wir den auch theoretisch vernichten töten und wasser kein dämmel schnell du kannst du damit machen ich mache ein bisschen mehr damit als die anderen naja er macht sie sekundlich mehr damit aber sonst naja er bringt mir gar nichts ich müsste ein schlitz hinsetzen der mir da meist damit war er macht halt auch keinen schaden ja okay die halt komplett weg ne ist es ist okay die da komplett aus seinem leben naja pokémon hat bei dragon dress geklaut also kannst du sehen wie du willst aber die diskussion hatten wir ja schon mal ja 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 ja